Musik Ja, heute Morgen weißt du die Schallfahrer aufgerutscht? Ja. Ja. Kannst du mal den Lied auf, bitte? Ja gut, das ist nur Stich. Nicht überschritten. Aufhören. Wir stehen hier also ein. Das ist hier unser Lied. Reicht das? Nee, der ist nicht schief. Der Lied ist aber eh schief. Der Lied ist nicht mehr auf. Der Lied ist nicht mehr aufgerutscht. Der Lied ist nicht mehr aufgerutscht. Der Lied ist nicht mehr aufgerutscht. Den Lied ist nicht mehr aufgerutscht. Möchtet... Wir stehen hier vor der Wand. So. Also, ich drücke das auch. Das ist das Problem. Ich darf jetzt gar nicht mehr aufgerutscht. Also, der Lied ist nicht mehr aufgerutscht. Also, ich bin nicht mehr aufgerutscht. Ich bin nicht mehr aufgerutscht. Es ist nicht mehr aufgerutscht, So, wir sind jetzt in Siegel. Wie ist denn da der? Das ist ein großes Modell. Das ist eine 3,30 Meter Parkweite. Das ist Original.